ok ich mache jetzt einfach mal es weit über und weit und übernahme genau so machen wir das dass wir keine ahnung was genommen ich verwartet aber bin gespannt weil ich bin der salarians um dies geht da brauche ich nicht mitnehmen die anderen machen das schon mal komplett daneben geschaffen finde ich gut das sind die koordinaten wir senden Von dem Tipp über den Selerian Arkt, wenn es wahr war... Wenn es Wahrheit gibt, sollten wir es wissen. Dammit! Bad Guys! Schon relevant, aber okay. looping Fangausrüstung, Lepwwerfer. Mal verwenden um Gefangene für den Transport zu fixieren. Wenn du möchtest. Wie ich gesagt habe, in diesen Tagen stehe ich mit der Retiree. Ich freue mich für Sie. Ich bin ohnehin in den Ruhestand. Erzählen Sie mir von diesem Doktor Aden. Warum bitten Sie nicht Hyger um Hilfe? Was wird mit ihm geschehen? Was wird mit ihm geschehen? Ah ja, okay. Dann gucken wir doch mal. Haben wir Lucky Lucky? Ja, ich möchte schnell reisen. Machen wir kurz den Cut. Ja, neue E-Mail. Cora Harper ist ein Grundstein. Wahrheit und Übernahme. Äh... Ja. Auf Welt. Macht es erst auf... beides? Okay. Jetzt in beiden Fällen auf Welt. Schon mal gut. So wissen. Hauptschlumpf. Ja. So weiß ich auch nicht mehr. Ja, Schaps. Nein, ich kann sie nicht mehr nach. Nein, ich kann sie nicht mehr warten. Wird ja nicht mehr nach. Man muss noch mal nach dem Wild zu verraten, dann ist es ja nicht mehr weg. Hier sind... Ah ne, das war glaube ich mal da hinten. Ich würde schon sagen, dann ruhe ich mich, dass wir wieder an Gara sind. Aber das ist ein komplett anderer Ort. Das muss sein, Dr. Aden. Das muss sein, Dr. Aden. Das ist der StG-Agent. Das Gerät wurde sterilisiert mit der Standard-Radio-Iso 2. Es gibt Trace-Elementen von Bio-Material, die möglicherweise mit Exaltation Pods sind. Oder es könnte aus dem Experimenten von Aden. Das Aden hat auch ein Kett-Handler. Was ist das? Ja, wo genau war das? Was ist das? Was ist das? Die alten Maschinen? Du meinst die Remnant? Ich bin kein Worte zu ihnen. Ich habe sie nie. Ich sage sie, zu stoppen mich. Warum würde die Remnant nach dir kommen? Ich schaue für die wichtigste Dinge in den Pillen. Die gute Technik. Die Maschinen hat mich immer allein geblieben, bis jetzt. Wie würde er helfen? Du bist nicht informiert. Ich kann nicht mit dem Remnant sprechen. Auch wenn ich konnte. Ich glaube nicht, dass sie hören würden. Wie gut bist du dann? Danke für nichts. Ja, okay. Jetzt hat er auch zu mir gesagt, wenn ich ihm gesagt hätte, er soll sich einfach fernhalten. Dann greifen sie ihn auch nicht an, ne? Sehr logisch. Wer weiß, dass es kein Kontakt ist. Machen wir mal. Machen wir doch mal. Wenn das äh... Wenn es relativ schnell geht, dann mache ich hier in der Folge auch noch das Ding. Ähm, oh. Würde ich auf H drücken, um meinen, äh, Reiter zu rufen. Den guten Nomad. Der Temperature ist fern, Pathfinder. Der Temperature ist fern, Pathfinder. Das ist Kett-Technologie, Reiter. Hostels ahead! Let's get a scan. Let's get a scan. Let's get a scan. Let's get a scan. Where can I get one of those resistance patches? Trade you a hustle? It's Ikari. And we don't just hand them out. I earn light, so I'm Sheriff. I earn light, so I could keep it. Ouch. Haut ab, Liam! Er ist gerade am Start. Also, Reiter stirbt gerade. HAUT AB, LIAM! Nicht mal, weil ich den Nomad nicht kontrollieren. Kett! Let's get a scan. If that STG agent was right, this Kett was Dr. Adams' contact. Und wo treffen die mich denn? Und wo treffen die mich denn? Ich hab's been hit! Oh, den hab ich sogar noch getroffen. Oh, den hab ich! Hmm. Oh! Oh! Ah, oh! Oh, hey! Oh! Oh, okay! Oh, okay! Let's get a scan Get a scan Okay Wir quatschen mit Hager Ich sag mal kurz rein Oder raus Gut, dann würde ich sagen, mach ich jetzt kurz den Cut Und dann sehen wir uns auf dem Nexus wieder Weil wir wissen ja, dass wir zum Nexus müssen Und Ich will euch diese ganzen Szenen einfach nur ersparen So, bin ich auf dem Nexus Ich hab jetzt knapp eineinhalb Stunden gerastet Gefühlt Und jetzt, ich hab halt einfach um halb Ich hab, also gefühlt Oder eine Stunde mindestens Ich habe Vor eineinhalb Stunden hab ich angefangen auszunehmen Da war es halb drei Da wusste ich schon, dass das Video zu spät kommen wird Jetzt haben wir kurz nach vier Ja, ich bin bei knapp 14 Minuten jetzt Welcome back into the initiative After officials accepted their push For equal status Plan Leader Nachmor Morda Welcome to the support and resources New to chunks you will now receive It's about time This is HNS It's about time Und was halten sie von der Sache? Das tut mir genau so Hört sich gut an Hört sich gut an Okay Why not? Why not? Why not? Ich habe in der Sache Ich versuche Ich bin jetzt Neckis Oh Neckis Exile Die Exile sind gefährlich. Die Exile sind gefährlich. Ich kann das nicht genug sagen. Locked. Ich kann das zu hacken, Spotfinder. Und wir sind jetzt. Definitiv das Apartment, die Hager erwähnt hat. Staubspuren. Kommt aus keinem System in der Nähe des nächsten. Fasten-Nutzen-Analyse. Glückwunsch. Noch einmal zur sicheren Rückkehr. Der Pajero. Inflation auf der nächste. Und dann sagen wir mal zwölf Einladungen in zwölf Tagen haben mich ganz schön abgelenkt. Ich hoffe, die drei Mitarbeiter begleiten sie noch. Wahrscheinlich einfacher Platz für zwölf Personen im öffentlichen Bereich zu buchen. Und für vier im Zwischengeschoss. Plus eins Sicherheitshalber. So sind wir vorbereitet, falls wir einen zusehen Platz brauchen. Wir sehen uns am 8. Obi. Die Kommande sind abholbereit. Äh, wo noch? Scann ich? Genau. Heiko, oder? So hat sich öfters nicht auf den militärischen Platz. Okay. Passwort protekted. Little help Sam? Accessing. Es enthält Finanz- und Personalreporten. Aber die EAM-Signatur suggeriert, dass das Dato vorhin verlebt wurde. Es hat vorhin verlebt. Ein solches Fiber ist auf einem Lauf. Es zeigt Tränen von Nevetamin. Ein Drugs? Ein Neurodepressant verlebt wurde in Andromeda-Wildlife. Diese Plante ist nicht einer von ihnen. Ich habe es angenommenen Mahlzeit. Okay. Was ist denn hier noch? Was ist denn hier noch? Du bist Randalon? Ja. Du bist derjen, der uns verlassen hat. Was machst du hier? Ähm... Was ist denn hier? 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 No where? Ja gut. Dann gehen wir nach Aladin. Muss ich da schon wieder überall irgendwo hingehen, aber... Dann haben wir die Quest-Binnings auch fertig. Okay. Jetzt erladen. Pflanzenproben. Das mache ich in einer anderen Folge. Pflanzenproben. 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 Nyauuu. Pflanzenproben. Pflanzenproben. Also, über einen Blick auf einer perspektive Schammer. Was ist das, was ich verkaufen kann? dann aber ich muss auch da oben Das ist ein schweres Objekt. Das ist ein schweres Objekt. Vielleicht sind sie ihre Spuren, dann greifen wir doch mal an. Das ist ein schweres Objekt. 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 Das war ein Black Widow. Das ist ein schweres Objekt. 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 Das ist das hier. Das ist ein schweres Objekt. Ich habe keine abgesperrt. Die Sache wird aus dem Wesentlichen 장난isten, Four Institute werden. Boah. Das ist schwierig. Schwieriger Punkt. Ich würde ihn einsperren. Weil er halt einfach ein Total Ass ist. Aber ich weiß nicht. Es kann halt auch wahr sein. also ich weiß, dass es dieses Cat Empire gibt, also das wissen wir ja, weil der Aron ja mit denen gequatscht hat, da gab es ja diese Szene wo der da mit seinen Gutes geredet hat und die anderen gesagt haben ja, die anderen, die sind irgendwie nicht so zufrieden mit dem, was er tut und so und ihm war es ja egal also es muss, auf jeden Fall, es gibt ja mehr in dem Fall, weil die kommen ja auch von irgendwo her aber die Sache ist halt die ich hab halt keine Ahnung wie valide halt die Infos sind, die der geben kann ich komm, ich sperren ihn einfach ein The Biggest Drink on Nex krieg ich auch Lebensfähigkeit oder so ne, ich krieg keine kein Leben keine Erhöhung auf plus 200 gefühlt, na, wir sind ja bei 79 also hier sind wir die Pflanzenproben, ne? Ach komm, dann mach ich gleich die Pflanzenproben die Pflanzenproben die Pflanzenprobe nicht nur noch ne? Ach komm, dann mach ich gar nicht mehr die Pflanzenprobe